So, 1 gegen 1 gegen Kralle LP. Christello und Free Spectator, Mayfree ist gerade Popcorn holen. Was hast du denn geholt? Kargis, oder? Ich hab Kargis geholt und Boots, ja. Fünf, vier Pods, zwei Mana Pods, aber die Mana Pods brauchst du eigentlich nicht. Nimm trotzdem einen mit. Einen nehme ich mit, ja. Zweimal Gift und einmal Blind, oder? Ich hab alles einmal geskillt. So ist halt so, du hast halt trotzdem dein Weh zum Abhauen, sondern auch gegen Olaf gar nicht so schlecht. Ja, erstmal hochfarm, aber Farm ist ja eh für Noobs. Jaja, Farm ist für Noobs. Er sagt mir grad, du wirst heulen. Du wirst heulen! Er hat mich counterpicken können, ich war der 1st Pick, er war dann der 2nd Pick. Alles noch. Ich habe, was hab ich denn jetzt gebannt? Weiger, Natus und Draven. Und er hat Katharina, Ezreal und Kettle gebannt. Minions have spawned. Soll ich eigentlich grad noch aufs Klo gehen, aber... Hast genau das gepickt, was Olaf genau wegmachen kann, du bist so OP. Ist der vollkombiert? Geilste! Geilste! Ich bin 1st Pick und ich weiß, was er pickt! Leute! Ich mag euch alle, ey. Naja, chillen wir mal ganz in Ruhr rum. Naja, glücklich, ne? Ähm, ja. Oh, das macht so Spaß, Alter. Wieso will ich mal herkommen, der kleine Penner? Ne, 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 ne. Er geht immer von Busch zu Busch, so? Ne, er ist gleich tot. Und... Achso, genau gut. Wir haben grade gefightet. Er hat Cleans vorher gemacht, bevor er... Bevor er in meinen Exhaust rauskommt. Achso, ey. Er macht nur seine Axt. Mehr kann er nicht. Das... Er doch. Ne, wem. Ich hab fast ein First Blood gemacht. Er trifft nur die Minions. Er farmt nur. Er hat einen Minion. Ah, er farmt mal. Ach, er farmt? Das ist ja... Kannst du ja nicht als Loob... Ey, schreib ihm mal, dass er ein Loob ist, weil er farmt. Ne, er... Guckst du schon zu? Ja, äh... Fast noch 20 Sekunden. Delay. Da ist er. First Blood hab ich gleich. Na. Fast Blood. Nice. Gut, ein steiles Spiel. Noob, wow. Du darfst keine Pilze stellen, weil Pilze sind ja von Loobs. Ey, es ist echt kacke, dass ich einen Delay hier drin habe, eh. Und... Achso, und gut, dass du keinen Skin hast, weil sonst wärst du ein reicher Idiot. Haha, der heult mich jetzt schon voll. Noob, wow. 24,7 am PC. Ey, mein PC ist auch so 24 Stunden am Tag an, aber... Das hat ja damit nix zu tun. Ich bin gleich Stufe 6, er ist noch Stufe 3. Passt genau zu dir. Passt genau zu dir. Passt genau zu dir. Achso, weil er dich ja auch kennt, weil er dich ja schon gesehen hat, er kennt dich ja im Gedanken. Alter, ich hau ihm einen Hit und... Klar, Karl, er ist Darks Vater. Daran hab ich gar nicht gedacht. Der kommt gleich mit. Ey, ich hab deine Olle gefickt. Ich weiß nicht, was ihr für ein Problem habt, Alter. 2-0 nach 3 Minuten. Pils, Snoop, love to play. Ich geh mir erst mal seinen Healding snacken. Ist ja gerade erschienen. Plus 5... Rätsel ist Becca only you, baby. Plus Phase 5 wirst du tot. Hä? 3-0. Ach, grad einer meinte zu mir, dass das alles nur Ironie, was er schreibt. Achso, achso. Genauso unfair wie die anderen. Und lebst bei deiner Mutter. Schreiben wolltest du nicht bei dir. Und er kriegt mich nicht, Wu und der hat einen Toad gefressen. Wuhou! Du wirst heulen. Mit was er anfängt, alter holy shit. Ja, Longspot und Ninja-Tubbies. Er holt sich keine Potze, das ist ja auch schlau. Wie sieht denn der Farmstand aus? 24 zu L, ich hab... Dag, 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 ich hab... Weißt du was? Du musst am Ende schreiben, This game will be recalled and uploaded on YouTube. Mhm, 3-0 nach 4 Minuten. Aber ich weiß nicht, ob wir das Game hochladen sollten, weil das ist irgendwie schon assi. Ma, Mann, früher auf rumzuheulen jetzt. Ist echt so, Alter. Das ist Cyber-Mobbing. Ach, das ist kein Cyber-Mobbing. Ach, das ist kein Cyber-Mobbing. Ach, aber uns als Narzis... äh... Narzissten als Nazis zu bezeichnen, ist... kein Cyber-Mobbing? Das ist kein Mobbing. Ach so, ist so. Okay, Fried, du musst echt noch ein bisschen lernen. Ah, deshalb hat der Cleans mit, um sich von deinem Blind-Dart zu befreien, Dark. Ja, und danach hab ich mein Exos draufgegeben, und das hat demnächst gebracht. Ach. Nimmst du das jetzt auch auf? Natürlich. Ja, ja. Och, Dark, jetzt fahren wir doch mal. Ja, sorry, ich wollte dir ein paar Kids haben. Oh, er hat geliebt. Ernsthaft? Oh mein Gott, das ist ja peinlich. Ne, er hat reconnected. Er hat fein erst geliebt, und... ist jetzt wieder da. Jetzt, jetzt schreibt er dich an. Ah, du wirst ja immer noch nicht gewonnen, du. Jetzt kommt er mit Scheiß-Cheater-Reconnect-Buttons von mir geblockt. Ehe, ich so. Ich bin auch mal kurz auf, Kurt, du bist ja feinlich. Er kommt zu mir... Jetzt fängt er erst gelungen. Jetzt, jetzt bekommst er fast... Jetzt bekommst er fast bad, ne? Oh, good job. Okay, bis gleich. Er sagt zu mir, er kommt zurück und sagt, du bist scheiße. Kannst nur durch unfaire Mittel gewinnen. Hast du gefirst picked oder er? Ich. Und der sagt zu mir, Olaf, ähm... Aber hast du sicher nicht gelesen. Was ist er denn für ein Bobby? Boom! 4-0. 4-0 schon. Nach 5 Minuten und 40 Sekunden. Er kauft sich einen Hextracker. Das ist halt das geile an Timo, du brauchst halt nur... ...Auto-Hits machen. Durch den... Durch dem Gift... Durch das Gift ist halt extrem stark. Aber ich kann das nur durch unfaire Mittel gewinnen. Er ist voll scheiße. Ich weiß ja nicht, warum ihr so lange gespielt habt. Crazy hatte auch Timo. Ich mit Jax hatte am Anfang ein bisschen Probleme, weil der mich per Moment geslowt hat, ne? Aber wir hatten dann ja auch recht gefaked. Aber er hat... Er spielt ja auch so Broken Champs, ne? Also Nasus, Garen und Olaf. Vor allem alles so nachkämpft. Ja, ja, Range wäre ja unfair. Er hat wieder geliebt. Er ist nicht mehr hier. Jedenfalls sehe ich ihn nicht. Was ist das denn in der Beleidigung? Lebst bei deiner Mutter. Ja, das ist echt so, alter, holy shit. Selbst wenn man mit 18 noch bei seiner Mutter leben würde, ich wüsste nicht, was daran schwimm wäre. Gibt ja auch sowas wie Abi oder Studieren oder so. Und da verdient man auch recht viel Kohle, muss man sagen. Naja, er ist doch schlecht geliebt. Ist ja auch schlecht genug. Weißt du, warum lief der gegen euch nicht? Warum du gegen mich? Ich hatte Angst oder was? Ich habe über 56 Farben, er ist voll schlecht. Er hätte doch auch geschrieben. Na ja, du bist so scheiße, da liebe ich. Warte? Mhm. Was war das denn? Ah! Stimmt! Vierte Minu... 4.9. Ja, ich sehe es gerade. Du kriegst einen Tower-Job. Ja. Du kriegst einen Tower-Job. Aber den gibt es leider nur auf offiziellen Turnieren. Ach, was machst du denn? Du darfst doch den Tower nicht angreifen. Das ist doch voll für Noobs. Er hat eh geliebt. Ja, das ist doch für Noobs. Das kannst du doch nicht machen. Das ist ja voll wenig Farm, finde ich. 66 nach 8 Minuten. Das geht doch besser, wa? Ja. Du bist ja eh scheiße. Das erklärt's ja. Du bist so scheiße. Boah, mein Blatt da hat doch schon 280 Damage raus. Du kannst nur durch unfaire Mittel gewinnen. Ach so. Oh, der ist so gut. Gott, ist ja schlecht, Alter. Holy shit. Du kannst nur durch unfaire Mittel gewinnen. Da kannst du 10 wird zum Berserker. Der Karle LP hat das L-Game verlassen. Naja. Ist gleich vorbei. Wir würden schon beim zweiten Tower kaputt machen. Beim zweiten Nexus Tower. Oh, der ist weg. Ich greif grad den Nexus an. Mich add ein random Mädchen. Aha. Oder so ein komisches Mädchen. Bei Facebook oder was? Ja. Auf einmal hat Dark sich so ein Facebook-Account gemacht. Mich hätte ich wär nur so ein Mädchen. Ich chatte hier ganz gemütlich. Ich glaub nicht, dass Dark Backer Only You Baby heißt. Ne, das glaub ich nicht. Ich chatte hier so ganz gemütlich mit drei Leuten, während ich hier spiele. Ich mein, gegen den ist das schon kein Ding. Meine Freunde schauen dann auch alle zu, wie sie gegen dich gewinnen. Also, wie du gegen ihn gewinnst. Ja. Habt ihr die Story gehört von den Mädchen, die sich umgebracht hat? Wegen... Kann er nicht...